Wer bist du? E-Light. Studio-Sessions oder Live-Konzerte? Live-Konzerte. Hast du deine Augen inzwischen schon mal zugebracht? Ab und zu, ja. Vielleicht haben sie jetzt zu. Schnapps aus dem Weinglas oder Bier aus der Dose? Schnapps aus dem Weinglas, eindeutig. Der beste Producer in der Schweiz? Pfff. 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 MC Fuchs oder Vigas? Der schönste Ort in Basel? Oberdorf. Ohne das meine Stadt nicht das gleiche? Äh, ich bin von dem Dorf, also... Was ist die Frage? Blunts oder Papes? Papes. Kamu oder Black Tiger? Black Tiger. Der heftigste Live-Akt aller Zeiten? Pfff. Seidum. E-Light wird 2018? Noch ein paar Sachen droppen, würde ich sagen. Was für Sachen? Singles, Singles, Singles vielleicht. Wer willst du an dieser Stelle noch wissen? Wir betonen wir Jungs von hometown. ролie E-Light. Pfff. M Gurken. Seidum. 老 role und die E-Light. Ohne die E-Light. Die E-Light. Das war's für Sachen nicht. Die E-Light. Die E-Light. Was für Sachen an kelime. Die E-Light. Was für Sachen. Die E-Light. Vielen Dank.